Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich heute am Freitag zu einem Reading für das kommende Wochenende. Ja, vielleicht hast du meine Tagesbotschaft heute Morgen gelesen, da fiel aus dem wunderschönen Kartendeck der Heilige Steinkreis eine Karte, die mich sehr inspiriert hat, nämlich der Augenblick. Wunderschön illustriert und ich habe einen Text heute Morgen dazu geschrieben. Ich hatte das Gefühl, diese Karte möchte uns daran erinnern, wirklich jeden Augenblick unseres Lebens ganz bewusst zu erleben und auch zu gestalten. Ja, das war so mein erster Impuls, als ich diese Karte heute Morgen herausgemischt hatte. Und wir werden jetzt mal schauen, welche zusätzlichen Botschaften zu dieser Karte für das Wochenende noch zu uns kommen möchten. Ja, vielleicht bist du heute zum ersten Mal bei mir gelandet auf meinem Kanal, dann begrüße ich dich herzlich hier in unserer Heart & Soul Family. Mein Name ist Uli und ich sorge schon seit vielen Jahren dafür, dass hier auf meinem Kanal eine wunderschöne Gemeinschaft von Menschen entsteht, die an ihrer eigenen persönlichen Weiterentwicklung interessiert sind. Ja, ich unterstütze dich natürlich auch gerne persönlich, ganz individuell auf deinem Weg hin zu dir selbst. Und heute wollen wir uns mal anschauen, welche Energien am Wochenende denn zu uns kommen möchten. Der Augenblick ist ein Hinweis darauf, dass wir oftmals viel zu sehr mit unseren Gedanken in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft. Und beides ist ja nicht immer hilfreich, denn wenn wir zu viel grübeln, ja, gerade vielleicht über Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die man auch nicht mehr ändern kann, ja, dann bringt uns das in eine ziemlich, ja, traurige Stimmung. Wenn du aber dir auch viele Sorgen machst, ja, um Dinge, die sich vielleicht für dich nicht so entwickeln könnten, wie du es dir wünschen würdest oder vielleicht machen dir auch gerade die weltpolitischen Umstände große Ängste, dann sorgst du dich sehr, ja. Und Sorgen sowohl als auch enttäuschende Gefühle, ja, über die Vergangenheit senken unsere Schwingungsfrequenz. Das ist ganz wichtig, uns immer wieder vor Augen zu führen. Wir haben in jedem Augenblick, in jedem Moment unseres Tages die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, worauf wir unseren Fokus legen. Und die Energie folgt immer unserer Aufmerksamkeit. Das heißt, das, worauf du dich fokussierst, das, was du immer wieder in deinen Gedanken herumwälzt, sozusagen, das wird größer. Außerdem fand ich die Botschaft auch sehr passend zu dem, was ich am Sonntag für euch im Gepäck habe. Ja, meine mystische Stunde via Zoom, denn da geht es um die Vergänglichkeit. Und wie oft, ja, nehmen wir uns vor, wir möchten unser Leben, so gut es geht, jeden einzelnen Tag genießen und auskosten. Und dann tun wir es doch nicht. Dann verschieben wir viele Dinge auf später. Und später gibt es dann eventuell das Gefühl, hätte ich nur manches schon früher gemacht. Ja, also wir starten ja jetzt in diese dunkle Jahreszeit, in diese stille Zeit, in der das Thema Tod und Vergänglichkeit sehr in den Fokus rückt, auch mit den Feiertagen im November. Aber, ja, wir dürfen uns damit auseinandersetzen, denn nur, wenn wir dieses Thema aus dieser Tabuzone herausbekommen, in der es noch oftmals verharrt, ja, dann verlieren wir die Angst davor. Und wenn du die Angst vor dem unvermeidlichen Tod, ja, der irgendwann zu jedem von uns kommt, überwunden hast, weil du dir bewusst darüber bist, dass du eine unsterbliche Seele bist und dass du nach deinem Tod weiter existierst, genauso wie deine lieben Verstorbenen, dann verlierst du auch die Angst vor dem Leben. Ja, darum wird es am Sonntag in meiner mystischen Stunde gehen, um Themen, die damit in Zusammenhang stehen. Wenn du Lust hast, es dir mit mir gemütlich zu machen, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du findest meine Kontaktdaten hier im Textfeld unter meinen YouTube-Videos. So, meine Lieben, was ich mir gedacht habe, um jetzt noch ein paar zusätzliche Impulse zu empfangen, um was es denn am Wochenende speziell für uns gehen könnte, ja, welcher Augenblick eventuell wichtig ist, worauf wir unseren Fokus richten sollten, habe ich zwei Decks mitgebracht. Einmal ist es eines meiner derzeitigen absoluten Lieblingsdecks, das Deck Sacred Forest, Orakel des Heiligen Waldes und das Rider-Waite-Tarot. Ich möchte gerne eine Karte herausmischen aus dem Orakel des Heiligen Waldes und diese Karte werden wir dann noch mit ein paar Tarot-Karten klären. Und meine Frage wird jetzt sein, was möchte uns dieses wunderschöne Deck noch zusätzlich mitteilen zu der Botschaft, dass wir den Augenblick leben sollten? Um was geht es in unserer Resonanzgruppe am Wochenende? Was könnte hier Thema sein? Um was geht es? Dankeschön, wow, wir haben eine wunderschöne Karte, schaut mal, die Libelle ist hier gefallen und sie bringt den Wandel mit. Vielleicht sollen wir uns darüber bewusst werden, dass der Wandel in unserem Leben sich nur vollziehen kann, wenn wir jeden Augenblick ganz bewusst gestalten, in dem Sinne, was unserer Vision für einen Wandel entspricht. Das war mein erster Impuls zu dieser wunderschönen Karte. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, das du gerne anders hättest. Denn Wandel bedeutet immer, dass ich etwas verwandeln darf. Möglicherweise ist dir aber nicht bewusst, dass du jeden einzelnen Moment oder Augenblick des Tages die Möglichkeit hast, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich dieser Wandel vollziehen möchte. Ja, denn es kommt ganz darauf an, ob du bereits eine Vision kreiert hast. Das ist schon mal der erste Schritt. Ja, vielleicht weißt du, es muss sich etwas verändern, aber du tappst noch vollkommen im Dunkel. Dann kannst du zwar spüren, also das, was gerade so um mich herum passiert, das möchte ich jetzt eigentlich nicht noch wesentlich länger in meinem Leben sozusagen erfahren. Ja, aber solange du noch nicht weißt, wo es hingehen soll, wird es schwierig. Setz dich dabei aber nicht unter Druck. Ja, viele Menschen befinden sich momentan in so einer Art Zwischenzeit. Das ist eine Zeit im Leben, in der wir merken, ja, vieles von dem, was ich bislang gelebt habe, passt nicht mehr zu mir, passt vielleicht auch aufgrund deines eigenen Wandels nicht mehr zu dir. Aber das Neue ist noch nicht wirklich sichtbar. Dann nutze diese Zwischenzeit, um immer wieder in dich hinein zu spüren, was erfüllt dich wirklich. Und da kannst du diesen gegenwärtigen Moment, diesen Augenblick sehr gut dazu nutzen. Du kannst mehrmals am Tag innehalten, ganz gleich, was du gerade tust, ob du jetzt im Supermarkt vor einem Regal stehst, ob du auf der Arbeit bist, ob du vielleicht einen Spaziergang machst oder in deinem Bett liegst, ja. Es steht dir immer frei, für einen Augenblick innezuhalten, in dich hinein zu spüren und dich selbst zu fragen, wie geht es mir gerade? Ja, wenn wir andere Menschen treffen, dann ist die Frage, na, wie geht es, doch eigentlich ziemlich selbstverständlich. Aber wie oft fragst du dich denn selbst, wie es dir geht? Wie oft schaust du, ob du dich in der Situation, in der du dich gerade befindest, wirklich wohlfühlst? Wie oft hinterfragst du, ob Dinge, die du so den ganzen Tag über tust, dich tatsächlich erfüllen? Sicher gibt es immer wieder Dinge, die wir jetzt nicht so gerne tun, ja. Also es ist natürlich schon so, dass wir bestimmte Pflichten im Alltag zu erledigen haben, die uns jetzt vielleicht nicht super viel Spaß machen. Aber wenn es um fundamentale Dinge geht, ja, wie beispielsweise dein Job, eine Partnerschaft, eine, ja, vielleicht auch die Einstellung zu dir selbst, ja, die dir nicht gut tut, dann darfst du dir darüber im Klaren sein, dass du für einen Wandel in diesem Lebensbereich in jedem Moment die richtigen Samen setzen kannst. Denn wenn du feststellst, dass du eine Lebenssituation gerne verändern möchtest, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast selbst nicht die Macht dazu, etwas zu verändern. Ein Beispiel wäre, du wünschst dir das Zusammensein mit einem bestimmten Menschen. Dieser Mensch kann sich aber, aus welchem Grund auch immer, nicht für dich öffnen. So, dann gefällt dir diese Lebenssituation sicher nicht, aber du allein hast auch nicht die Macht, sie zum Positiven zu verändern, denn du kannst dein Gegenüber nicht dazu zwingen, Dinge zu tun oder aber auch Gefühle zuzulassen, ja, das obliegt nicht deiner Macht. Das bedeutet, in dieser Situation ist es dann entscheidend, dass du akzeptierst, was hier gerade geschieht, dass du sagst, okay, ich nehme das an, ich gehe mal aus dem Widerstand raus und allein das schafft schon einen Wandel, weil du dann nämlich aus einer relativ konfliktbehafteten Energie, die du durch diesen Widerstand in deinem Energiefeld kreierst, in eine Energie der Akzeptanz und der Annahme gelangst. Und die ist sehr positiv, ja. Aber es gibt vielleicht auch Dinge, die du sehr wohl ändern kannst, nur bist du bislang noch nicht losgegangen. Dann fordert dich die Libelle hier auf, zu sagen, okay, ich weiß, ich habe auch heute schon, jetzt zu dieser Minute, die Möglichkeit, die Samen zu setzen, um meine Ernte einzufahren. Das heißt, um mir das zu erschaffen, was ich erschaffen möchte. Denn wir Menschen neigen leider manchmal einfach dazu, sehr bequem zu sein, ja. Also in der Komfortzone kann man sich es sehr gemütlich machen. Allerdings ist in der Komfortzone auch kein Wachstum möglich. Da kann man sich schon eine Zeit lang aufhalten, ja, um vielleicht auch Wunden zur Heilung zu bringen, um sich auszuruhen, wenn alles anstrengend ist. Aber letztendlich, um uns zu verwandeln, ja, dürfen wir dann auch wirklich losgehen und unserem Traum, unseren Zielen entgegen gehen. Und da haben wir in jedem Augenblick die Möglichkeit, die richtigen Weichen zu stellen, ja. Wenn du beispielsweise einen Traumjob hast, wenn du sagst, wow, ich wäre total gern, keine Ahnung, vielleicht Coach oder du wärst total gern erfolgreich mit einem Talent, das du hast, ja. Nehmen wir an, du kannst wunderschön malen und du hättest gerne das tatsächlich als Beruf und hättest Erfolg damit. Dann wird das nicht von alleine zu dir kommen. Da gehören dann Schritte dazu, die unternommen werden möchten, um dieses Projekt in die Realität zu bringen. Und dann kommt es zunächst mal auf dein Mindset an. Sind da Gedanken in deinem Kopf wie etwa, ach naja, ich kann vielleicht gut malen, aber ich werde nie Geld mit meinen Bildern verdienen. Oder, ja, ich kann mich gut in andere Menschen einfühlen, aber um jetzt Coach zu werden, da müsste ich ja erst eine Ausbildung vielleicht machen, dann weiß ich gar nicht, wie macht man sich denn da selbstständig. Das Internet ist ja schon überlaufen von Coaches. Das ist destruktive Energie und die wird dir nicht dabei helfen, deine Ziele tatsächlich in die Realität zu bringen. Und da hast du wirklich jeden Augenblick des Tages die Möglichkeit, die Gedanken in deinen Kopf Einzug halten zu lassen, die dir dabei helfen, dich, wenn du es möchtest, zu verwandeln. Ja? Möglicherweise darfst du dir am Wochenende auch mal ein bisschen Zeit darüber nehmen und nachdenken, wie hast du dich denn selbst verwandelt. Ja? Frag doch mal, wie warst du vor einem Jahr, wie warst du vor fünf Jahren, wie warst du vor zehn Jahren drauf? Was war da für dich wichtig? Wie hast du dich selbst betrachtet? Wie betrachtest du dich jetzt? Ja? Wie hat sich deine Einstellung zu dir verändert? Wie hat sich vielleicht auch die Einstellung zu deinen Mitmenschen verändert? Vielleicht zur Natur, zur Tierwelt, zu deinem Schöpfer, zur Quelle? All das sind sehr fundamentale Fragen, ja, die wir uns jetzt stellen dürfen. Und ich habe so das Gefühl, ja, ich werde ja ein Video machen in den kommenden Tagen mit einem Ausblick auf November schon. Ja, wir steuern ja mit großen Schritten auf den November zu und ich mache ja immer so einen intuitiven Monatsausblick. Und ich habe aber jetzt schon das Gefühl, dass wir im November wirklich nochmal aufgefordert werden, in die einzelnen Bereiche unseres Lebens zu schauen, um wirklich festzustellen, was gibt mir Sinn? Ja, was gibt mir Sinn? Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen intensiv nochmal mit dem Thema Tod und Sterbebegleitung, Trauerbegleitung, Jenseitskontakte beschäftigt und ich habe einfach gemerkt, seit Jahren, ja, seit meiner Ausbildung zur Sterbebegleiterin, das war ja 2010, ja, so um den Dreh rum, nach dem Tod meines Papas, hat mich dieses Thema fasziniert und ich weiß, dass ich eine besondere Bestimmung habe, Menschen Mut zu machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Menschen zu ermutigen, Kontakt mit ihren lieben Verstorbenen, ob Mensch oder Tier aufzunehmen, ja, selbst Botschaften zu übermitteln aus dem Jenseits, das weiß ich und das ist mir in den letzten Wochen nochmal so bewusst geworden, weil einfach mein Herz aufgegangen ist bei dem, was ich da getan habe und so kann es im November sein, dass auch du aufgefordert bist, wirklich mal hinzufühlen, was erfüllt mich, was lässt mein Herz höher schlagen, bei welchen Tätigkeiten oder bei welchen Gedanken, ja, geht mir im wahrsten Sinne des Wortes das Herz auf, denn das ist ein wunderschöner Wegweiser dafür, was deine Seele oder du als Seele hier in deinem Leben auf Erden verwirklichen möchtest. Ja, zu dem Wandel und dem Augenblick, bitte ich mal um eine Tarotkarte. Was möchte das Tarot uns jetzt für das Wochenende noch mit auf den Weg geben? Eine Karte bitte, eine erste, jawohl. Schau mal, vielleicht darf sich bei dir auch verwandeln, dass du in bestimmten Lebenssituationen das Gefühl hast, du wirst mit Brotkrumen abgespeist. Hier fallen die sechs Münzen, die zeigen hier zwei Menschen, die vor dem Bettler auf dem Boden knien und, nein, sie knien als Bettler vor diesem Mann auf dem Boden und er speist sie so mit Brotkrümeln ab, ja, mit Almosen. Das zeigt mir, dass vielleicht im ein oder anderen Bereich deines Lebens die Verbindungen zu anderen Menschen nicht wirklich im Ausgleich von Geben und Nehmen sind. Ja, vielleicht bist du jemand, der sehr, sehr gerne gibt, der sich nicht so leicht tut, Grenzen zu setzen und dann darf sich hier etwas verwandeln, ja, und dann hab wirklich mal eine ganz achtsame Einstellung jetzt am Wochenende, deine Beziehungen zu anderen Menschen unter die Lupe zu nehmen und wenn du mit jemandem interagierst, ja, sei es eine Freundin, ein Familienmitglied, dein Kind, deine Eltern, ja, dein Partner, wer auch immer, dann frag dich immer wieder, wirst du hier gesehen, wirst du respektiert, wirst du wertgeschätzt. Und wenn du dann darauf kommst, dass manche Menschen dich vielleicht sogar ausnutzen, dass manche Menschen davon profitieren, dass du vielleicht schlecht Nein sagen kannst, ja, dann darf sich hier etwas verwandeln. Und das kann dir in einem einzigen Augenblick klar werden. Wir sind ja immer noch in dieser zehntägigen Portal-Tag-Serie, meine Lieben, und ich habe jetzt schon viel darüber gesprochen. Das ist eine Zeit, in der wir unglaublich guten Zugang zu unseren Hellsinnen haben und da können wir auch sogenannte Blitzerleuchtungen erleben, ja, dass du vielleicht über eine Sache dir schon viele Gedanken gemacht hast, dann hat es mal wieder ruhen dürfen, dann hast du mal wieder drüber nachgedacht und dann mit einem Mal in einem einzigen Augenblick weißt du, was zu tun ist oder erkennst, was sich verwandeln darf. Also das war ein sehr passender Impuls. Aber wir holen uns noch einen, um was könnte es noch gehen? Um was könnte es denn noch gehen? Jawohl. Jetzt haben wir hier zwei, naja gut, zwei, dann nehmen wir zunächst mal die. Ja, na, das passt ja auch jetzt wie die Faust aufs Auge. Hier fällt der Ritter der Münzen. Das ist eine Karte, die dir sagt, Ruhe stabil in deinem Selbstwert. Ja, also möglicherweise darf sich hier noch etwas verwandeln in dir. Vielleicht betrachtest du dich noch nicht wirklich als Geschenk für jeden Menschen, der mit dir zusammen sein darf. Das macht sehr viel mit unserem Energiefeld, meine Lieben. Ja, nehmen wir mal an, du bist auf der Suche oder was heißt auf der Suche, du wünschst dir einen liebevollen Partner oder eine liebevolle Partnerin an die Seite und du gehst in die Welt hinaus mit der Einstellung, wow, ein toller Mann oder eine tolle Frau wäre ein Geschenk für mich. Dann, so, ja, ein bisschen verrückt sich das auch anhört, gehst du mit der Energie des Mangels in die Welt hinaus. Denn wenn wir uns etwas wünschen, was wir noch nicht in unserem Leben haben und sagen, wow, das wäre das Tollste für mich, wenn ich jetzt einer tollen Frau oder einem tollen Mann begegnen würde, dann, ja, machen wir damit eigentlich der geistigen Welt klar, dass wir selbst diesen Mann oder diese Frau in unserem Leben brauchen, weil wir genau das, was wir uns davon versprechen, nämlich Liebe, Fülle, Freude, Glück, noch nicht in unserem Leben haben. Wenn du aber mit dem Mindset hinausgehst, ich bin ein Geschenk für einen tollen Mann oder eine tolle Frau, denn ich habe gelernt, stabil in meinem Selbstwert zu ruhen, mich zu lieben, so wie ich bin und ich bin ganz froh, dass es mich gibt, ja, dann wirst du regelrecht zu einem Magnet für Menschen, die dir auf Augenhöhe begegnen, denn du manifestierst dann mit einem Energiefeld der Fülle, ja. Also das kann man sich vielleicht für alle Bereiche des Lebens merken. Immer dann, wenn du etwas unbedingt möchtest, wenn du dir etwas so sehr wünschst, macht sich in deinem Energiefeld natürlich vollkommen unbewusst, du tust das nicht absichtlich, macht sich die Energie des Mangels breit und dementsprechend gehst du dann auch mit Mangel in Resonanz. Das heißt, es wird nicht unbedingt der Traummann oder die Traumfrau um die Ecke kommen, ja. Vielleicht ziehst du dann einen Partner an oder eine Partnerin, die oder der ebenfalls noch nicht wirklich bei sich selbst im eigenen Wert und in der eigenen Liebe angekommen ist. Dagegen, wenn du hier bist, der Ritter der Münzen steht für Stabilität in dir selbst, für dein eigenes inneres Zuhause, das du verinnerlicht hast, du bist Gold, ja, der reicht dir hier diesen goldenen Taler, dann wandelt sich dein Energiefeld und du strahlst das auch aus, ja. Deswegen haben manche Menschen, und das hat überhaupt nichts mit ihrer äußeren Erscheinung zu tun, eine besonders tolle Ausstrahlung, die kommt von innen, weil sie in ihrem eigenen inneren Zuhause angekommen sind und sich darüber bewusst sind, sie sind ein wertvolles Geschenk, ja. Vielleicht ist dir das schon mal passiert, dass du in einem Café oder Restaurant warst und da hat ein Mensch den Raum betreten und du hast hingeschaut und du konntest deinen Blick erstmal gar nicht abwenden, weil dieser Mensch, wir sagen heute, ja auch eine sehr charismatische Ausstrahlung hatte, aber das kommt von innen. Ja, wir können im Außen nur so doll strahlen, wie hell unser Licht im Inneren brennt. Ja, was haben wir denn hier noch? Ja, gut, das ist jetzt von der Energie her ganz ähnliche Energie wie die sechs Münzen. Die vier Kelche sind hier mit rausgesprungen, da passen diese drei Karten sehr schön zusammen. Die vier Kelche, das ist eine Karte, die steht im Tarot für Ablehnung und Zurückweisung. Ja, es könnte durchaus sein, dass dieses Reading heute für diejenigen unter uns gefallen ist. und die solche Situationen vielleicht jetzt gerade erleben oder auch kürzlich erlebt haben, das Gefühl zurückgewiesen zu werden, nicht gesehen zu werden, abgespeist zu werden. Und umso mehr darf sich in dir etwas wandeln. Ja, und da fühle ich auch, dass diese Karte Augenblick dich darauf hinweisen möchte, dass du am Wochenende wirklich versuchst, dein Augenmerk, deinen Fokus auf das zu richten, was du bereits an Wunderschönem in deinem Leben hast. Denn gerade in schmerzlichen Situationen oder wo sich Wünsche nicht erfüllen, wo wir vielleicht sogar enttäuscht werden, vergessen wir oftmals das, was wir in unserem Leben haben, für das wir aber dankbar sein können. Ja, denn Dankbarkeit ist neben Liebe und Freude das Gefühl, dass unsere Schwingungsfrequenz am schnellsten und am effektivsten nach oben katapultiert. Wenn ich dankbar bin für das, was ich habe, schwinge ich in der Fülle. Wenn ich aber enttäuscht oder traurig bin darüber, was ich nicht habe oder was ich vielleicht sogar verloren habe, habe ich eine sehr niedrige Schwingungsfrequenz. Ja, es darf sich also vor allem dann etwas für dich wandeln, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht um deiner Selbstwillen geliebt wirst, wenn du vielleicht von Menschen in deinem Umfeld nicht die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und die du dir wünschst, dann begrüße jeden einzelnen Augenblick am Wochenende und wisse, dass dieser Augenblick dir dazu dient, dein Mindset auf die Liebe zu dir selbst, auf das Mitgefühl zu dir auszurichten. Denke dran, das, worauf du deinen Fokus richtest, wächst. Um damit dann ein Energiefeld der Fülle zu kreieren, ein lichtvolles Energiefeld, das gemäß dem Resonanzgesetz dann auch mit Dingen, mit Personen, mit Situationen in Resonanz gehen wird, die deiner Schwingungsfrequenz entsprechen. Ja, meine Lieben, ein, wie ich finde, sehr spirituelles Reading. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Wenn du sagst, ich möchte ein bisschen tiefer eintauchen in diese ganze Thematik, um, ja, diese stille Zeit jetzt, ja, Abschied nehmen, loslassen, ja, Seelenpläne, Seelengefährten, dann sei gerne bei meiner mystischen Stunde am Sonntag dabei, natürlich gibt es wie immer auch eine Aufzeichnung, schreib mir eine WhatsApp, eine SMS oder aber eine E-Mail, die Kontaktdaten findest du hier im Textfeld unter dem Video und dann freue ich mich auf eine tolle, gemütliche Zeit mit dir. Jetzt wünsche ich euch schon mal ein, ja, erkenntnisreiches Wochenende, kostet den Augenblick aus, lebt jeden Tag wie ein eigenes kleines Leben und vor allem sei gut zu dir. Eine ganz herzliche Umarmung von mir, eure Uli. Tschüss.